Iwe Eigenrauch ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Eigenrauch besuchte das Ratsgymnasium Minden und nahm zunächst an einigen Turnieren mit der Schulfußballmannschaft teil. Dann begann er seine Karriere bei Arminia Bielefeld. In den 1990er Jahren spielte er als Abwehrspieler eine zentrale Rolle in der Aufstellung des FC Schalke 04. Für den er von 1991 bis 2002 insgesamt 229 Bundesligaspiele bestritt und in denen er drei Tore erzielte. Mit diesem Verein gewann er 1997 auch den UEFA Caps sowie 2001 und 2002 den DFB-Pokal. Im März 1998 berief ihn Bundestrainer Bertie Vogts zum Länderspiel gegen Brasilien in den Kader der deutschen Nationalmannschaft. Eigenrauch kam jedoch bei dem Match im Stuttgarter Gottlieb-Daimler-Stadion nicht zum Einsatz. Eigenrauch hat für einen Verteidiger eine bemerkenswerte Fairplay-Bilanz. Er erhielt in seiner gesamten Bundesliga-Zeit nur 15 Verwarnungen, keinen Platzverweis und war nie gesperrt. Nach der Karriere Im Anschluss an seine sportliche Karriere arbeitete Eigenrauch in der Stadionbetriebsgesellschaft des FC Schalke 04. Zudem war er Kolumnist der ARD und der Taz. Im Schalke-Filmfußball ist unser Leben spielte er sich selbst. Zuletzt war Iwe Eigenrauch in der Öffentlichkeitsarbeit eines Kinder- und Jugendtheaters tätig und widmet seine Zeit nun seiner Familie und diversen gemeinnützigen Projekten, wie dem Gelsenkirchener Wohnprojekt Pelikan – Generationenübergreifendes Wohnen. Die Hamburger Musikgruppe Tomte besang im Jahr 2000 den Schalker Publikumsliebling in ihrem Song Iwe »Wie hältst du das aus?« Eigenrauch lebt mit seiner Familie in Mahl und bezeichnet das Ruhrgebiet nun als seine Heimat. Dies verkörpert er auch in einem Sender-Eigenwerbespott, den der WDR mit Eigenrauch herstellte. Kia Heck 3 45 55 Vielen Dank.